Hallo und Willkommen zurück bei Craft the World und den Zwergen. So, da habe ich jetzt dickere Mauer. Eine Tür habe ich noch schnell gemacht. Dann mache ich zu. Und da stehen jetzt die Zwerge drin. Ich mache hier drüben noch ein Portal. So, und werde die vielleicht von hinten angreifen. So, mal... Oh shit, ich habe auf der falschen Seite die Türe gemacht. Okay. Das ist... Gehe es nach hinten los. So ein Schmarrn. Die Dicken sind eh zu dumm. Die hier sind... Oh nein, 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 der nächste Zwerg. Okay, wir waren acht, jetzt sind es nur sechs. Gut, oh, man hört von außen gerade ein Schmarrn-Geräusch. Ja, die Seelen ruhig kocht sich die weg. Warten schon wieder im Haus. Ich, ich werde wahnsinnig. Irgendwie geht immer alles durcheinander und schief. Tierzwerge. Okay. Die wollen alles demolieren. Hallo. Ja. Einer ist mal weg. Oh. Ratten sind doch da. Schlag den, schlag den, schlag den. Yes. Gut, wir kümmern uns um die Ratten. Die sind da unten gefangen. Mit meinen vier Zwergen. Naja, wenigstens sind nicht alle weg. Äh, bisschen weniger schlimm, das Desaster. So. Kurze Pause. Ich werde mal das Fenster schließen. So, ich bin wieder da. Entschuldigung, bitte nochmal wegen dem Lärm von draußen. So, Fenster ist geschlossen. Äh, vier von vier Zwergen schlafen. Die Ratten lassen es sich gut gehen. Dafür habe ich hier wieder Leder. So, ich hoffe, die anderen Ratten geben auch noch Glieder. Somit hätten wir dann nämlich gleich Rüstungen, die wir basteln können. Und dann tun sich die Zwerge auf jeden Fall etwas leichter. So. Ja, die sind gerade da so. Ich hoffe, die verschwinden auch mal. Oder mit Rüstung angreifen ist einfacher. Ja, schlaft euch aus, schlaft euch aus. Gut, ich kann im Moment nur zusehen. Da, 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 da. Ähm, ja, schauen wir wieder mal da rauf. Ja, da hüpfen schon zwei herum. Okay, mit Rüstungen seid ihr es dann gleich gewesen. Ich schwöre es euch. Ich schwöre euch, ihr geht bald drauf. Gut, das hier ist blau. Das heißt, wenn die Gottheit kommt, sind wir relativ safe, außer im, ja, im Pyruliert irgendwas anderes. Ach, der verschwindet. Ist er gefallen? Ratten im Haus! Ja, das ist sie in den Wurscht. Ja, die, die futtert, die futtert vom Tisch. Mein hart erarbeitetes Essen. Und die nächste Ratte ist da. Also, solange der Bau nicht weggeräumt ist, kommen immer mehr Ratten. Die hoffentlich, wenn sie schon da sind, äh, Leder lassen. Einen Rattenfellmantel. Hm? Nein, machen wir natürlich nicht. Leute! Bitte! Die futtert da voll! Hm? Das ist nicht nett. Blöderweise kann ich das Essen vom Tisch nicht runternehmen. Hm? Und die nächste Ratte. Ja, 21 Sekunden, bis, äh, wieder ein Zwerglar da ist. Von meinem Verstorbenen. Leider. Okay, das muss ich hier breiter machen. Genauso breit wie hier. Oh, okay. Genau. Ja. Yes. Poliert ihnen das Näschen. Ja. Ja. Okay. Du bist nicht ausgestattet genug. So. Gut. Gut. Schau, was will ich mir denn genießen? So, Holzschüssel im Kopf. Ja, das ist aber wenigstens ein bisschen Leder. Da ist noch eine. Kleine Ratte. Es wird Zeit, aufzuräumen. Ja, so ist es. Jetzt werden wir dann gleich ein bisschen, äh, was machen können. Ach, da fehlt mir wieder. Wolle. Okay. Gut, das können wir öffnen. Und wir werden das hier versetzen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann ums siebten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier. Hier stelle ich gleich, äh, doch jetzt mal mit Erde die Wand auf. Die kann ich niederreißen. Ja, Holz. Sehr gut. Da liegt auch noch was rum. So, schauen wir wieder mal, ups, da hin. Ja. Oh, der hat einen Fallschirm. Okay. Gut, äh. Wir wollen, ja, Helme basteln. Moment, wir schauen zuerst. Rüstung fünf. Ist okay. Da brauche ich Seile. Da fehlt man noch was, ja. Dann mache ich Helme. Ist so. Passt. So, du bekommst gleich einen. So. Steht der gut. Das kommt hier hin. So. Fertig. Gut, äh, da ist, oh, da ist auch einer drin. Der würde natürlich auch Leder geben, wie auf eine Geschichte. Okay, er ist gleich größenwahnsinnig. Oh, ich habe einen zweiten Helm. Den habe ich vergessen. So, du schaust zippschers mit Helm. Kriegst du das Töpfchen. Passt. Gut, äh, ich habe fünf Betten. Das sind eindeutig drei zu wenig. Schauen wir mal, kann ich denn schon so ein Holzbett machen? Nein, zu wenig Holz. Das war mir klar. So, legen wir wieder ein bisschen was auf den Tisch. Und so, halt hier die Pennen alle. Bis auf ein, zwei. Okay. Mhm. Gut. Sechs Holzstücke ist ja schon ein bisschen was. Ja. Und da schlafen alle. So. Okay. Das machen wir, äh, weiter, wie gesagt. Okay. Sehr gut. Wieder einer zurückgekommen. Und... Ja, dich röste ich auch gleich mit den Notwendigsten aus. So. Haben wir genug Holz? Nein. Oh. Langwierige Schie... Echt jetzt? Scheiße. Da liegt so viel Holz. Steht endlich auf. Faulen Säcke. So, ich werde angerufen. Na, bis gleich. Ja, wie ist das? Okay, das ist drei hoch. Das heißt, wir werden das hier so wegnehmen. Dann müsste das eigentlich perfekt passen. Gut, ja. Das ist momentan der Status. Ich bin bemüht, mehr Rüstung, mehr Futter, mehr an Bettchen zu produzieren. Ja, wie es weitergeht, schaut einfach rein das nächste Mal, wenn es heißt Craft the World mit den Zwergen in der Unterwelt. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.